Ich sehe hier drei Aspekte. Meierhofer ist ein führender Anbieter für digitale Patientenversorgung mit einem klaren Kenntnis zum Dachmarkt. Hier sehe ich eine auch deutliche Differenzierung gegenüber anderen Anbietern am Markt, weil wir unsere regionalen und lokalen Märkte kennen und umsetzen. Zum Zweiten sind unsere Lösungen bei ca. 250 Kunden für die gesamte Versorgungskette möglich von der Akut-Mischkliniken, Reha- und Psychiatrie-Klinik. Mich fasziniert dabei, dass unsere Lösungen keine Sektorgrenzen kennen. Und zum Dritten ist Meierhofer ein seit über 30 Jahren erfolgreiches, inhabergeführtes Unternehmen. Das heißt, wir sind für unsere Kunden ein stabiler Partner. Das zeigt sich durch acht Standorte mit über 220 Mitarbeitern und wir haben eine klare Wachstumsstrategie. Ich möchte exziv Vorstände, Geschäftsführer, Ärzte, Pflegekräfte und andere leitende Funktionen medizinisch-technischer Dienste einladen, auf unseren Stand zu kommen, weil unsere Lösungen rollen und benutzerspezifisch den gesamten Patientenprozess abbilden. Und dies erstmalig auch über die neue Generation von Emkis. Emkis Next ist dabei unsere langjährige Strategie, wo wir auf der DEMER erstmalig die ersten Umsetzungen sehen werden. Die zielen vor allem auf neue Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Oberflächen und für das medizinisch-pflegerische Personal mobile Applikationen. Wir sind leistungsstark, wegweisend, integrativ, zukunftssicher. DEMER – Connecting Digital Health DEMER – Connecting Digital Health Schoen und Gangkung DEMER – Connecting Digital Health